Bevor wir zum Kabinett von heute kommen, eine neue Kollegin möchte sich vorstellen, Uta Hartmann, als Sprecherin des Bundesfinanzministeriums. Herzlich willkommen, Frau Hartmann, und wenn Sie ein paar Sätze zu sich sagen. Guten Tag und vielen Dank. Mein Name ist Uta Hartmann. Ich bin seit Juli diesen Jahres in der Pressestelle des Bundesministeriums der Finanzen tätig und war davor in der Zollabteilung. In der Pressestelle bin ich jetzt Ansprechpartnerin für die Zollabteilung und für indirekte Steuern. Und ich freue mich auf die Zusammenarbeit hier. Das tun wir auch. Herzlich willkommen. Und dann darf ich Ihnen noch unser kleines Begrüßungspaket überweisen. Mit Gebührte, vielen Dank. Abstand, geschön. So, dann Frau Demmer, bitte. Ja, im Kabinett hat die Bundesregierung heute beschlossen, sich mit bis zu zehn Beamtinnen und Beamten der Polizei, des Bundes und der Länder an der integrierten Mission der Vereinten Nationen zur Unterstützung der Transition in Sudan, der United Nations Integrated Transition Assistance Mission in Sudan zu beteiligen. Der Sicherheitsrat der Vereinten Nationen hat am 3. Juni 2020 mit Resolution 2524 die Einrichtung der Mission als besondere politische Mission beschlossen. Die Umsetzung des Mandats durch die Mission soll ab 1. Januar 2021 beginnen. Die langjährige Mission der Vereinten Nationen in Darfur wird zum Ende des Jahres geschlossen und voraussichtlich bis Mitte nächsten Jahres dann abgezogen. Deutschland hat in seiner Eigenschaft als Mitglied des Sicherheitsrates der Vereinten Nationen und dort als Co-Federführer für das Sudan-Dossier die konkrete Ausgestaltung der Mission eng begleitet und koordiniert. Und die Bundesregierung will mit der Beteiligung an der Mission das fortwährende Engagement für einen friedlichen, prosperierenden Sudan unterstreichen. Dann hat das Kabinett heute den von der Bundesfamilienministerin Franziska Giffey vorgelegten Entwurf eines Gesetzes zur Stärkung von Kindern und Jugendlichen beschlossen. Damit werden die rechtlichen Grundlagen der Kinder- und Jugendhilfe weiterentwickelt, wie das im Koalitionsvertrag verabredet war. Ziel ist ein wirksames Hilfesystem, das Kinder vor Gefährdungen schützt und Familien stärkt. Dabei gilt es dann vor allem, diejenigen Kinder und Jugendlichen zu unterstützen, die unter besonders belasteten Lebensbedingungen aufwachsen und so Gefahr laufen, von der sozialen Teilhabe abgehängt zu werden. Konkret sieht der Gesetzentwurf Änderungen in fünf Bereichen vor. Zum einen ein besserer Kinder- und Jugendschutz, eine Stärkung von Kindern und Jugendlichen, die in Pflegefamilien oder in Einrichtungen und Erziehungshilfen aufwachsen, Hilfen aus einer Hand für Kinder und Jugendliche mit und ohne Behinderungen, mehr Prävention vor Ort sowie mehr Beteiligung von jungen Menschen und Eltern und Familien. Dann hat die Bundesregierung heute den 14. Bericht über ihre Menschenrechtspolitik beschlossen. Der Bericht beinhaltet zentrale Entwicklungen in der deutschen Menschenrechtspolitik und im internationalen sowie europäischen Menschenrechtsschutz im Zeitraum vom 1. Oktober 2018 bis zum 30. September 2020. Menschenrechtspolitik ist und bleibt eine alle Aspekte der Politik durchziehende Querschnittsaufgabe, gerade mit Blick auf den weltweiten Trend zur vermehrten Einschränkung individueller Menschenrechte. Der vorliegende Bericht gibt einen guten Einblick zu der großen Bandbreite des deutschen Engagements. Dann war heute im Kabinett der Evaluierungsbericht zu den Auswirkungen der im Anti-Doping-Gesetz enthaltenen Straf- und Strafverfahrensrechtlichen Regelungen. Diesen Bericht hat das Kabinett zur Kenntnis genommen. Im Dezember 2015 ist das Gesetz zur Bekämpfung von Doping im Sport in Kraft getreten. Kern des Gesetzes war die Evaluierung des Anti-Doping-Gesetzes, mit dem erstmals Selbstdoping im Leistungssport unter Strafe gestellt wurde. Nach dem gesetzlichen Auftrag sollte die Evaluierung nicht allein von der Regierung durchgeführt werden. Vielmehr muss dies unter Einbeziehung eines wissenschaftlichen Sachverständigen erfolgen, der im Einvernehmen mit dem Deutschen Bundestag bestellt wird. Der vorgesehene Evaluierungsbericht basiert auf den Ergebnissen einer Studie der Sachverständigen Professor Elisa Hofen und Michael Kubiziel. Und dann hat das Kabinett heute die gemeinsam vom Bundesminister für Arbeit und Soziales, der Bundesministerin für Bildung und Forschung und dem Bundesminister für Wirtschaft und Energie vorgelegte Fortschreibung der Strategie Künstliche Intelligenz beschlossen. Mit der Fortschreibung der KI-Strategie fokussiert die Bundesregierung ihre Maßnahmen im Hinblick auf aktuelle Entwicklungen im Bereich der Künstlichen Intelligenz seit Beschluss der Strategie im November 2018. Die Fortschreibung der KI-Strategie ist unter anderem das Ergebnis von sieben thematischen Fachforen, die im Rahmen der Fortschreibung der KI-Strategie mit Expertinnen und Experten aus Wirtschaft, Wissenschaft, Politik und Gesellschaft durchgeführt wurden. Ziel der Fortschreibung ist es, den Standort Deutschland in Erforschung, Entwicklung und Anwendung von KI im internationalen Wettbewerb zu stärken. Dazu gilt es, KI-Ökosysteme in Deutschland und Europa weiter auf- und auch auszubauen, um die Anwendung von KI in der Breite zu stärken und zugleich auch die Sichtbarkeit herausragender Initiativen und Strukturen zu fördern. Verantwortungsvolle und gemeinwohlorientierte Entwicklung und Anwendung von KI-Systemen soll zu einem integralen Bestandteil und damit auch zu einem Markenzeichen einer AI, also Übersetzung KI, made in Europe gemacht werden. Zudem stehen insbesondere die Themen Pandemiebekämpfung, Nachhaltigkeit, Umwelt- und Klimaschutz sowie nationale und internationale Vernetzung im Zentrum neuer Initiativen. Und im Anschluss an das reguläre Kabinett hat heute auch das Klimakabinett getagt. Das Klimakabinett zog vor allem eine Bilanz rund ein Jahr nach dem Beschluss Klimaschutzprogramms 2030. Außerdem wurde der Stand der Beratungen auf EU-Ebene kurz erläutert. Der Klimaschutz bleibt auch in Zeiten der Corona-Pandemie eine der größten und drängendsten globalen Herausforderungen unserer Zeit. Und daher hat die Bundesregierung den Klimaschutz natürlich auch in diesen Tagen stets im Blick. Viele relevante Gesetze und Maßnahmen des Klimaschutzprogramms sind bereits in Kraft getreten, wie das Bundesklimaschutzgesetz, das den Klimaschutz verbindlich und Fortschritte überprüfbar macht. Dazu gehören auch das Gesetz zum Kohleausstieg und die Einführung der CO2-Bepreisung für fossile Brennstoffe in den Sektoren Gebäude und Verkehr. Die Bundesregierung unterstützt Bürgerinnen und Bürger außerdem dabei, Gebäude energetisch zu sanieren, Elektrofahrzeuge zu kaufen und macht das Bahnfahren attraktiver, damit am Ende alle, also die gesamte Gesellschaft zum Klimaschutz beitragen kann. Man sollte dabei nicht vergessen, wir stehen immer noch am Beginn. Wir dürfen da in unseren Bemühungen nicht nachlassen und haben noch eine ganze Menge Arbeit vor uns. Das Klimaschutzgesetz gibt den Takt vor. Im Frühjahr nächsten Jahres greift zum ersten Mal der darin vereinbarte Monitoring- und Nachsteuerungsmechanismus auf Basis der dann vorliegenden Emissionsdaten für 2020. Mit dem Konjunktur- und Zukunftspaket zur Bewältigung der wirtschaftlichen Folgen der Pandemie investiert die Bundesregierung im Jahr 2021 so viel wie nie zuvor in den Klimaschutz. Der Ansatz für den Energie- und Klimafonds wird deutlich auf fast 27 Milliarden Euro erhöht und damit mehr als verdreifacht. Der Bund finanziert bereits die Innovationsprämie für Elektrofahrzeuge und Zuschüsse für private Ladesäulen. Die gestiegenen Zulassungszahlen der Elektrofahrzeuge zeigt, dass also diese Förderung auch bereits ankommt und angenommen wird. Die Bundesregierung setzt sich im Rahmen ihrer EU-Ratspräsidentschaft für ein europäisches Klimagesetz ein, das ein klimaneutrales Europa im Jahr 2050 rechtlich festschreibt. Das schließt auch Diskussionen über die Zwischenziele für die Jahre 2030 und gegebenenfalls auch 2040 auf dem Weg zur Klimaneutralität bis 2050 ein. Der Präsident des Europäischen Rates hat Konsultationen mit den Mitgliedstaaten geführt und die Bundesregierung unterstützt seine Bemühungen, dass die Staats- und Regierungschefs beim Europäischen Rat jetzt am 10. und 11. Dezember das höhere europäische Klimaziel beraten und beschließen. Der Vorschlag der EU-Kommission, das EU-Klimaziel für 2030 auf mindestens 55 Prozent Treibhausgasminderung im Vergleich zu 1990 anzuheben, wird von der Bundesregierung sehr begrüßt. Dieses neue EU-Klimaziel für 2030 birgt auch Chancen für die europäische Wirtschaft, gerade für den Neustart in der Covid-19-Pandemie. Es erfordert zugleich allerdings erhebliche Umstellungen und eine große Kraftanstrengung in vielen Mitgliedstaaten. Das Klimakabinett hat sich darüber hinaus mit zwei wichtigen Zukunftsthemen befasst. Nämlich der Wasserstofftechnologie und der Elektromobilität. Und außerdem tauschte sich das Gremium überfragende Akzeptanz von Klimaschutzmaßnahmen aus. Mit unserer bundesweiten Klimaschutzkampagne machen wir seit Anfang Oktober aufmerksam auf das Thema. Und auf der Webseite www.unser-klimaschutz.de finden Bürgerinnen und Bürger Informationen zur Klimapolitik und auch natürlich zu den Fördermöglichkeiten für alle. Das war es von mir aus dem Kabinett. Gibt es Fragen zum Kabinett? Frau Kift. Ich habe eine kurze Nachfrage zum Klimakabinett. Waren jetzt auch ganz konkrete Beschlüsse heute Thema? Weil das war ja ein Rundumschlag und klang eher nach einer Bestandsaufnahme. Also es ist so, wie ich es Ihnen beschrieben habe. Es ist eben ein wichtiges Thema. Also ist es da auch wichtig, im Gespräch zu bleiben. Und wie ich auch vorgetragen habe, gibt es da noch viel zu tun. Konkrete Beschlüsse sind da jetzt nicht gefallen. Online fragt Sophie von der Tannen aus dem ARD-Hauptstadtstudio. Durch den CO2-Preis steigenden Erkommeln ja die Heizkosten. Die SPD-geführten Ministerien für Umweltfinanzen und Justiz haben gefordert, dass Vermieter die Hälfte der Mehrkosten übernehmen sollen. Wie ist der Stand im Klimakabinett? Und geht die Union mit bei dieser Umlage der höheren Heizkosten von Mieter auf Vermieter? Ja, also da würde ich jetzt die Fachressorts bitten. Finanzen haben wir ja noch. Genau. Wer möchte denn anfangen? An, bitte. Ja, die Ministerin hatte ja auch im Vorfeld des Klimakabinetts noch mal deutlich gemacht, dass ihr sozialer Ausgleich besonders wichtig ist bei allen Klimaschutzmaßnahmen, die wir hier treffen. Und eben auch die faire Lastenverteilung hier nicht aus dem Blick bei allen Investitionen und Veränderungen, die hier geschehen darf und also nicht aus dem Blick verloren werden darf. Und das ein wichtiger Punkt, ein wichtiges Thema dabei ist eben die Verteilung der Heizkosten. Mit dem neuen Gebäudeenergiegesetz gibt es natürlich auch neue Vorgaben seitens der Umrüstung für klimafreundliche emissionsärmere Technologien. Auf der anderen Seite haben wir eben den CO2-Preis, der ja den Ausschluss von CO2 natürlich dann auch im Heizbereich verteuert. Und der Vorschlag aus unserem Haus, wie auch zum Beispiel vom Finanzministerium unterstützt, ist eben, dass die Kosten, die durch den CO2-Preis entstehen, also die Mehrkosten eben aufgeteilt werden zwischen Vermieter und Mieter und das in möglichst gleicher Weise, also 50-50. Und wichtig ist dabei auch zu sehen, dass beide im Grunde genommen ja den beeinflussen können, wie die Energieversorgung im Haus funktioniert. Der Vermieter ist verantwortlich für die Technik, für die Art und Weise, wie letztlich die Energie ins Haus kommt. Und der Mieter hat natürlich auch eine gewisse Verantwortung. Er soll ja auch sparsam mit der Energie umgehen. Und deswegen eben diese Halbierung für beide Seiten, 50-50, wenn der CO2-Preis eben dann die gewisse Erhöhung, eine Erhöhung herbeiführt. Das ist der Ansatz, den wir verfolgen. Wir haben dazu ein Konzept vorgelegt, was in der Bundesregierung diskutiert werden kann und soll. Das hat die Ministerin heute auch nochmal unterstrichen. Und das muss nun entsprechend dann auch eben in eine Form von Gesetz oder Verordnung kommen. Bitte schön. Ja, vielen Dank. Also ich möchte hier verweisen auf das Klimaschutzprogramm 2030, was ja heute schon Thema war. Da ist ein Prüfauftrag enthalten zur Begrenzung der Umlagefähigkeit der CO2-Bepreisung. Ich zitiere aus dem Klimaschutzprogramm. Da heißt es, darüber hinaus werden Änderungen im Mietrecht geprüft, die eine begrenzte Umlagefähigkeit der CO2-Bepreisung vorsehen. Dies führt dann zu einer doppelten Anreizwirkung für Mieter zum energieeffizienten Verhalten und für Vermieter zu Investitionen in klimaschonende Heizungssysteme beziehungsweise energetische Sanierungen. Und dieser Prüfauftrag wird jetzt aktuell von der Bundesregierung umgesetzt. Der Kollege hat ja seinen Beitrag seines Ministeriums dazu jetzt geschildert. Und wir sind dabei, diesen Prüfauftrag umzusetzen und werden dann dementsprechend handeln. Gleiches gilt für das BMI. Die Abstimmung laufen noch. Es gibt noch Klärungsbedarf. Und insofern sind die Abstimmungen hier noch abzuwarten. Frau Marschall, dazu oder zu einem anderen Aspekt des Klimakabinetts? Dann erst Frau Buschow. Ja, vielleicht noch mal zusätzlicher Haufe. Haben Sie vielleicht eine Beispielrechnung parat, um sich das mal vorzustellen? Also für einen Durchschnittshaushalt, wie hoch sind die Heizkosten? Wie viel davon ist der CO2-Preis, der dann geteilt würde zwischen Mieter und Vermieter? Ich habe hier nicht sofort ein Beispiel vorliegen. Das reiche ich Ihnen gerne nach. Vielleicht auch noch hier während der Sitzung. Danke. Ich wollte einfach das BMU noch mal so allgemein fragen, ob Sie noch weitere Vorstellungen hatten vor dem Klimakabinett. Sind Sie sozusagen zufrieden mit diesem Ergebnis oder hatten Sie noch andere Pläne, die eigentlich heute hätten beschlossen werden sollen? Ja, Sie ziehen noch mal darauf ab, auf das Thema Beschlüsse. Aber das Klimakabinett hatte sich jetzt keine Beschlüsse vorgenommen. Ich denke, das Wichtige, und das ist vielleicht so etwas wie ein Beschluss, ist, dass noch mal insgesamt die gesamte Bundesregierung, alle Ministerien sich einhellig hinter das europäische Klimaziel gestellt haben, wie es die EU-Kommission mit mindestens 55 Prozent vorgegeben hat, um da noch einmal ein klares Signal jetzt zu senden vor dem tagenden Europäischen Rat am 11. Dezember und dem EU-Umweltrat am 17. Dezember. Also da ist klare Geschlossenheit seitens der Bundesregierung in den europäischen Verhandlungsraum signalisiert worden. Und dann ging es natürlich heute auch noch mal um die Architektur des Bundesklimagesetzes. Denn ab nächstem Jahr, und das ist noch mal mit allen Ministerien diskutiert worden, gilt natürlich, die gegelten die Vorgaben, die zur CO2-Minderung, die jährlichen Vorgaben zur CO2-Minderung für die unterschiedlichen Zuständigkeitsbereiche und damit eben auch Sektoren, Verkehr, Landwirtschaft zum Beispiel, und diese sind einzuhalten. Und wenn sie eben nicht eingehalten werden, wenn sich abzeichnet, dass eben die CO2-Mengen oder die Treibhausgasmengen insgesamt in einem Bereich nicht sinken, dann sagt das Bundesklimagesetz ja auch, es muss zügig ein Sofortprogramm geben, um nachzusteuern. Frau Demmer hat es ja angesprochen, der sogenannte Monitoring- und Nachsteuerungsmechanismus. Über den haben sich heute die Ministerien noch mal alle zusammen ausgetauscht und sich auch gegenseitig vergewissert, dass er eingehalten wird und dem entsprechend auch gefolgt wird und wie das dann eben auch entsprechend erfolgen kann. Ich kann es kurz noch mal skizzieren. Wir haben für die Sektoren verschiedene Ziele. Es zeichnet sich ab, dass für einen Bereich, zum Beispiel eben jetzt Verkehr und Landwirtschaft, dann das Ziel nicht eingehalten wird. Dann wird das entsprechend auch noch mal von Experten begutachtet, wie weit das wirklich eben vorliegt. Und dann wird da vorgeschlagen, ein Sofortprogramm zu machen. Und dann ist das Ministerium eben angehalten, dann mögliche Gegenmaßnahmen zu ergreifen, um die CO2-Vergaben einzuhalten. Ich habe noch mal eine Nachfrage. Jetzt zu Corona-Zeiten gibt es ja ein verändertes Verkehrsverhalten zum Beispiel. Leute fahren lieber Auto als mit öffentlichen Verkehrsmitteln. Soll das denn mit berücksichtigt werden bei diesem Bundesklimagesetz, die besonderen Corona-Bedingungen? Oder finde das dann keinen Einfluss? Also die... Entschuldigung, dass ich Sie unterbreche, aber vielleicht können wir hier die Frage von Carsten Wiedemann von Energate mitnehmen, ob über die Folgen eines neuen EU-Klimaziels für 2030 in Deutschland gesprochen wurde und ob das Klimapaket von 2019 noch mal angepasst wurde. Okay, das sind jetzt unterschiedliche Themen. Ich fange mal an mit den CO2-Effekten durch die Corona-Pandemie. Hier handelt es sich ja nur um ein sehr kurzfristiges Phänomen. Unsere Klimapolitik ist auf langfristige Entwicklungen ausgerichtet. Und wenn jetzt eben pandemiebedingt natürlich Emissionen heruntergehen, das ist ja auch eben zum Teil auch der Fall, dann können wir darauf ja nicht aufbauen. Das sind kurzfristige Effekte. Wir bauen ja hier Veränderungsprozesse auf, die ja umfassend den Treibhausgasausstoß absenken, nämlich bis zur Treibhausgasneutralität 2050. Insofern spielt das keine große entscheidende Rolle. Da würde ich wirklich da die Erwartung schon mal rausnehmen wollen. Jetzt die nächste Frage zum... Und vielleicht dazu noch anschließend, weil Sie fragten, wo sind denn da vielleicht mögliche Entwicklungen, die sich abzeichnen. Das wurde heute auch im Klimakabinett beschlossen. Gerade was die Ladeinfrastruktur betrifft, da war klar, hier liegt eine der großen Anstrengungen für die nächsten Jahre. Da muss mehr passieren. Und gleichzeitig, das hat die Ministerin auch noch mal deutlich unterstrichen, werden wir den Ausbau der Erneuerbaren, so wie der Pfad bisher geplant ist, auch in dem jetzigen EEG-Gesetz, so wie es jetzt im Parlament liegt, letztlich nicht halten können. Wir werden den Ausbau steigern müssen. Und da komme ich gleich zur nächsten Frage. Natürlich, weil wir ein höheres Klimaziel für 2030 in der Europäischen Union haben werden, eben die mindestens 55 Prozent, je nachdem, wie dann die Einigung mit dem Europäischen Parlament aussieht. Also da zeichnet sich ja schon so eine Veränderung ab, mit der sich Deutschland dann auseinandersetzen muss, mit einem noch höheren Ausbau, stärkeren Ausbau der erneuerbaren Energien im Sonne- und Windbereich. Das hat die Ministerin heute auch noch mal deutlich unterstrichen. Und ich weiß, dass die Frage viele Journalisten umtreibt, was bedeutet dieses Ziel? Wir können natürlich heute nicht da komplett Auskunft geben. Das ziemt sich auch schon deswegen nicht, weil wir noch gar keinen Beschluss haben zwischen dem Europäischen Rat und dem Europäischen Parlament. Erstmal müssen wir diesen Beschluss abwarten, wie der aussieht, wie das europäische Ziel 2030 dann am Ende ausfällt. Dann, ich kann den Prozess kurz erklären, dann wird die Kommission im nächsten Jahr einen Vorschlag machen, wie wir das Ziel 2030 erreichen wollen in der Europäischen Union. Sie wird also eine Art zweite Folgenabschätzung vornehmen. Das wird im Juni in etwa, so ist der Plan der Kommission offiziell, erfolgen. Fit for 55, das ist so eine der, so nennt sie dieses Ziel, dieses Programm, momentan jedenfalls, je nachdem das Ziel dann ausfällt. Und dann wird man sehen, wie wird das im Emissionshandel weitergehen, wie wird man das in dem Nicht-Emissionshandel-Bereich Verkehr und Landwirtschaft regeln, wie wird man das bei CO2-Grenzwerden für Verkehr regeln. Das ist so der Fahrplan. Und Sie haben es noch mal nach neuen Änderungen gefragt, des Thema Schutzprogramms. Änderungen wurden da heute nicht besprochen, aber ich habe ja gerade bestimmte Punkte angesprochen, die vielleicht in Zukunft geändert werden. Dann noch mal ein Komplex Solarenergie von Hans Jessen, freier Journalist. Und damit wollen wir das dann auch beschließen. Warum liegen in Deutschland bei privaten Solaranlagen die Kosten für Einspeisezähler mehrfach höher als in den Niederlanden? Ich nehme an, dass sich die Frage nicht nur auf die holländischen Provinzen bezieht. Dort funktioniert die technische Umsetzung und die Mehrkosten bremsen den Ausbau privater Solarenergie aus. Das ist eine Frage ans Bundeswirtschaftsministerium. Die ich nachreichen müsste, die Antwort auf diese Frage. Und dann die letzte Frage, wie gesagt, zu diesem Komplex. Warum muss für privat erzeugten Solarstrom EEG-Umlage bezahlt werden, wenn der benutzt wird, um das Elektroauto zu laden? Das konterkariert Energie- und Mobilitätswende. Wer möchte das beantworten? Auch das? Also muss ich mir noch mal anschauen und dann nachreichen. Okay. Dann kommen wir zum großen... Ach nee, Frau Wolf, das war ein neues Thema, ne? Genau. Dann kommen wir nämlich zum großen Komplex Corona. Und da bräuchten wir das Gesundheitsministerium wieder vorne. Und wir starten mit einer Frage von Kirsten Grieshaber, AP. Herr Spahn sagte gestern in Düsseldorf, dass sich die Zulassung des BioNTech-Impfstoffes durch die EMA verzögert. War das eine Überraschung? Und ist die Regierung enttäuscht, dass der deutsche Impfstoff jetzt zunächst in Großbritannien angewandt wird? Also, er hat das gesagt, weil die Zulassungsunterlagen später als erwartet eingereicht wurden und wir deshalb mit einer Zulassung durch die EMA erst gegen Ende des Jahres rechnen können oder beziehungsweise durch die Kommission, die das ja dann bestätigen muss, erst gegen Ende des Jahres rechnen können, sodass sich der Zeitplan marginal verschoben hat. Herr Krämer dazu. Ja, ich würde auch gerne auf die Bewertung nochmal, dass das jetzt in Großbritannien so schnell zugelassen wurde. Ist das aus Sicht der Bundesregierung, vielleicht auch an Frau Dämmer, ist das gefährlich schnell oder ist das eine gute Nachricht? Also, ich möchte jetzt quasi die andere, die Zulassungsverfahren Dritter nicht bewerten. Ich würde nur gerne nochmal zu dem Zulassungsverfahren für die EU über die EMA sagen, dass ein solches Zulassungsverfahren ja kein Selbstzweck ist, sondern es ja letztlich immer darum geht, wirksame und sichere Impfstoffe einzusetzen. Da gibt es klar vorgeschriebene Abläufe, Prozedere. Und so sehr wir jetzt in diesem Fall natürlich dringlich auf die Zulassung des Impfstoffes gegen Covid-19 warten, bleibt es auch hier ein notwendiges Prüfverfahren. Da werden wir jetzt in diesem Fall nicht von den üblichen Verfahren abweichen. Das ist unsere Form der Gründlichkeit, von der wir eben auch in der Pandemie nicht abweichen. Und Ende des Jahres ist es ja dann so, wie es aussieht, soweit. Außerdem hat, wenn ich das ergänzen darf, Großbritannien ein eigenes Zulassungssystem. Es ist das gute Recht von Großbritannien, das so zu machen. Also wir müssen jetzt keine Bewertung da reinbringen, sondern da sind einfach zwei unterschiedliche Systeme. Das eine läuft über die EMA, über die Europäische Arzneimittelbehörde und das andere über nationales Recht Großbritannien. Also dem schließe ich mich nochmal ausdrücklich an, falls das nicht deutlich genug zum Ausdruck gekommen ist. Auch dazu, Frau Kollegin? Bitte. Welche Auswirkungen hat das denn auf die vielleicht in Deutschland verfügbaren Impfdosen, wenn das jetzt in Großbritannien schon zugelassen wird? Gibt es da überhaupt Auswirkungen? Unserer Ansicht nach keine Auswirkungen. Genau, die Frage nach der Zulassung hatte auch Sarah Früh auf MDR Fernsehen gestellt. Dann fragt Malte Kreuzfeld von der Taz. Wie viele Schnelltests werden in Deutschland derzeit pro Woche durchgeführt? Wer wird getestet und wer trägt die Kosten? Ich kann nicht sagen, wie viele Schnelltests in Deutschland durchgeführt werden, weil diese Schnelltests ja nicht registriert werden, sondern die Schnelltests haben ja die Eigenschaft, dass sie zwar vom medizinischen Personal durchgeführt werden, aber dann direkt vor Ort vorliegen und nicht registriert sind. Frau Wolf, dazu. Nochmal eine Nachfrage. Expertenstimmen gehen davon aus, dass 60 bis 65 Prozent der Bevölkerung immun sein müssen, um überhaupt die Pandemie als überwunden ansehen zu können und großflächig die Beschränkungen lockern zu können. Gleichzeitig gehen Umfragen zur Impfbereitschaft von etwa 55 Prozent der Bevölkerung aus. Diese Diskrepanz, wie adressieren Sie die? Wie lösen Sie diesen Widerspruch auf? Wovon soll das Teil auch einer Kommunikationsstrategie werden, damit umzugehen? Klar, das Ziel der Kommunikationsstrategie, möglichst viele Leute dazu zu bewegen, möglichst viele Menschen dazu zu bewegen, sich impfen zu lassen. Sie werden mitbekommen haben, dass der Minister gestern ein Impfzentrum in Düsseldorf besucht hat. Auch das ist ein Zeichen dafür, der Bevölkerung zu zeigen, worum es geht, wo das geht in Zukunft, jedenfalls in der ersten Phase. Aber generell würde ich sagen, das eine sind Umfragen, das andere ist die Wirklichkeit. Also diese Zahlen ändern sich sicherlich auch noch mal nach diesem Winter. Wir können nicht davon ausgehen, dass wir in diesem Winter in breiter Fläche wirklich impfen können. Das heißt, die Beschränkungen, unter denen wir momentan leben, wird es ja noch eine Weile geben. Und damit steigt sicherlich auch die Bereitschaft der Menschen, sich impfen zu lassen. Zu der Satz, Frau Gold. Genau, also da würde mich noch mal interessieren, wie Sie zu der Annahme kommen, dass die Bereitschaft zum Impfen steigt, weil sie ja seit April laut Umfragen eher gesunken ist. Und dann sagten Sie, die Kommunikationsstrategie zielt darauf ab, die Bereitschaft zu erhöhen. Da würde mich noch mal interessieren, welche Faktoren sind denn aus Ihrer Sicht wichtig? Also ein Besuch im Impfzentrum wird jetzt noch nicht in die Breite hineinwirken, dass die Leute dann bereit sind, sich zu impfen zu lassen. Danke. Nein, der Minister hat wiederholt gesagt, dass wir auf Transparenz setzen, auch auf Transparenz, was die Wirksamkeit des Impfstoffes anbetrifft, auch was eventuelle Nebenwirkungen anbetrifft. Das werden wir ganz transparent monitoren und auch darüber berichten. Darüber hoffen wir, dass wir Akzeptanz gewinnen. Frau Pfaff, hat sich damit Ihre Wortmeldung erledigt? Oder haben Sie noch ein anderes Thema? Okay, dann machen wir erst mal mit Corona weiter. Frau Küfner, bitte. Herr Kauz, ich habe da noch mal eine direkte Nachfrage, weil Sie sagen, Sie gehen nicht davon aus, dass Sie in breiter Fläche impfen können. Können Sie da vielleicht einfach ein paar Zahlen nennen? Nein, Zahlen kann ich Ihnen nicht nennen, weil noch nicht klar ist, wann wir wie viel Impfstoff zur Verfügung haben. Aber klar ist, dass wir am Anfang nicht genug Impfstoff für alle haben. Deswegen, das haben wir ja schon mehrfach gesagt, dass wir in verschiedenen Phasen impfen und am Anfang priorisieren wir. Das passiert in den Impfzentren. Und bevor das dann in die Haushaltspraxen ausgerollt wird, die Impfkampagne, wird es sicherlich noch ein, zwei Monate dauern. Ich kann den genauen Zeitpunkt nicht sagen. Ich kann nicht die genauen Impfstoffdosen, Zahlen sagen. Das hängt vom, wir haben noch nicht mal eine Zulassung. Das hängt vom Impfstoff. Das ist sehr wahrscheinlich, welcher Impfstoff der erste sein wird. Aber es sind ja auch noch weitere im Zulassungsverfahren. Es hängt davon ab, wie schnell das geht. Es hat einfach mehrere Faktoren, die man momentan so nicht überblicken kann. Aber die Erwartungshaltung kann nicht sein, dass wir jetzt Ende des Jahres den Schalter umstellen und dann Neujahr alle Deutschen geimpft sind. Das wird nicht so sein. Darf ich noch mal kurz nachfragen? Letzter Zusatz, bitte. Einfach nur darum, was in breiter Fläche heißt. Zehntausende, Hunderttausende. Nein, in breiter Fläche meint genau das, was ich vorhin gesagt habe, dass man von der priorisierten ersten Phase übergeht in eine andere Phase, wo man mehr Menschen auch in ganz normalen Arztpraxen dann impft. Herr Kräber noch mal. Ich würde mal voraussetzen, dass die Impfbereitschaft bei der... Wenn Sie das Mikrofon ein bisschen näher zu sich ranziehen, dann können wir Sie besser verstehen, auch mit Maske. Herzlichen Dank. Ganz klar. Ich würde mal voraussetzen, dass die Impfbereitschaft bei den älteren Menschen und in den Risikogruppen und auch in den Gesundheitssystemen höher ist. Wie lange würde das dauern, die gesamte Risikogruppe und alle im Gesundheitssystem zu impfen? Also A, weiß ich nicht, ob Ihre Annahme richtig ist. Denn was zum Beispiel Grippeimpfungen anbetrifft, da ist es im Gesundheitssystem so, dass längst nicht alle, die im Gesundheitssystem arbeiten, sich auch gegen Grippe impfen lassen. Und B, diese Impfung ist eine freiwillige Impfung, auch für diejenigen, die im Gesundheitswesen arbeiten. Auch deswegen gibt es da verschiedene Variablen, die ich jetzt noch nicht absehen kann und noch nicht sagen kann, dann und dann wird das passiert sein. Aber Sie müssten es beantworten können von der Logistik her. Also wie lange würde es logistisch dauern, die gesamte Risikogruppe zu impfen? Die Impfung selber liegt in der Zuständigkeit der Länder. Was wir machen, ist, den Impfstoff, den wir haben, zu verteilen an die Anlieferungszentren in den Ländern. Und von dort übernehmen die Länder und verimpfen dann. Jetzt müssten Sie sämtliche Länder abfragen und müssten fragen, wie die das organisiert haben, dass Sie möglichst schnell, möglichst viele Menschen impfen. Das ist alles andere als trivial. Sie, der Minister hat ja gestern von einem Mammutprojekt gesprochen. Nehmen Sie den Fall, wenn Sie sagen, Sie priorisieren, auch das ist jetzt theoretisch, Sie priorisieren, Pflegebedürftige zuerst zu impfen. Viele Pflegebedürftige werden zu Hause gepflegt. Das heißt, Sie müssen rumfahren. Die können ja nicht ohne weiteres in ein Impfzentrum kommen. Die brauchen mobile Teams. Dafür brauchen wir natürlich deutlich länger, als wenn Sie nur in Heimen impfen würden. Also es hängt von der Prioritätensetzung ab. Es hängt von dem Konzept der Länder ab, der einzelnen Länder ab, wie schnell das gehen kann. Herr Thiede. Ich mache von der zwei Fragen, Regel ohne Nachfrage gebraucht, eine Frage sowohl an Frau Dämmer als auch an Herrn Kautz. Hier steht die Bundesregierung zur Frage der Lockerung der Eingriffe für Geimpfte, sofern klar ist, dass diese nicht ansteckend sind nach einer Impfung. Und wie bewerten Sie die Tatsache, dass Großbritannien und die USA nun einen in Deutschland entwickelten Impfstoff vor der Europäischen Union zulassen können oder zugelassen haben? Zur zweiten Frage ist hier schon beantwortet worden. Aber nichtsdestotrotz, vielleicht kann man es für kurz noch mal wiederholen. Also zur zweiten Frage noch mal ganz kurz. Es gibt ein Zulassungsverfahren in der EU. Das folgt einem ganz bestimmten Ablauf. Und so dringend wir jetzt auf den Covid-19-Impfstoff warten, werden wir in diesem Fall keine Abweichung von diesen Standards machen, sondern das ist unsere Form der Gründlichkeit, von der wir auch in der Pandemie nicht abweichen. Wir warten auf die Zulassung und diese Zulassung erfolgt nach einem ganz bestimmten Prozedere. Und der gilt auch jetzt. Und die erste Frage, genau da spielen Sie so ein bisschen darauf an, auf eine Diskussion, die wir hier schon sehr lange pflegen, zu führen. Ich kann hier nur noch mal wiederholen, dass es keine Impfpflicht geben wird. Uns geht es darum, die möglichst breite Möglichkeit zu schaffen und möglichst schnell möglichst viele Impfdosen zur Verfügung zu stellen, sodass alle die Möglichkeit haben. Aber es bleibt bei der Freiwilligkeit. Dem schließe ich mich an. Wenn Sie noch mal nachfragen wollen. Das war nicht die Frage. Eingriffe, ehrlich gesagt, Eingriffe. Oder denn, na ja, die Eingriffe in bestimmte Freiheiten. Das sind ja Eingriffe, die dort stattfinden. Man kann sie Auflagen nennen, man kann sie Regeln nennen, man kann sie nennen, wie man will. Also wie auch immer man das dann nennt, sollten dann für Geimpfte, die, wenn vorausgesetzt, dass die Impfung dann tatsächlich dazu führt, dass man nicht ansteckend ist, sollte es dann zu Erleichterungen oder zu Sonderregeln für Geimpfte kommen können. Also das halte ich jetzt erst noch mal für eine sehr hypothetische Frage, weil es auch da auf den Impfstoff ankommt, auch da darauf ankommt, auf die Wirkungsweise des Impfstoffes ankommt. Von daher würde ich das jetzt aus der Perspektive heute noch nicht beantworten. Mit der Online-Frage von Anna Mayer. Die Zeit möchte ich den Komplex Impfstoff dann auch beenden. Ende November sagte die Kanzlerin bei einem digitalen Treffen der G20-Staaten, sie sei besorgt, über die Fortschritte beim Projekt Gavi, durch das Impfstoffe in Entwicklungsländern bereitgestellt werden sollten. Hat es seitdem Gespräche mit Gavi gegeben? Das müsste ich nachreichen. Okay. Dann, Herr Krämer, mit Blick auf heute Nachmittag. Genau. Für das Treffen für 15 Uhr, ganz einfache Frage, gibt es Beschlüsse heute oder wird es Beschlüsse geben? Also ich kann dem Treffen jetzt nicht vorgreifen, was Herr Seibert hier ja schon gesagt hat. Es geht ja in diesem Treffen vorrangig eben, also es wird sicherlich auch am Rande Corona eine Rolle spielen oder ein Thema sein, aber das ist ja eine reguläre Mindesterpräsidentenkonferenz und Ergebnissen kann ich jetzt hier nicht vorgreifen. Dann Frau Wolf mit dem neuen Thema. Eine Frage zu Sachsen-Anhalt. Mich würde die Perspektive der Bundeskanzlerin auf die Vorgänge dort interessieren. Wie steht sie dazu, dass die Entscheidung des Landtagsausschusses vertagt wurde? Gab es Gespräche mit dem Ministerpräsidenten von Sachsen-Anhalt, Herrn Haseloff, bilateral oder auch auf Bundesebene zu diesen Vorgängen? Das ist ein Thema, was die Länderebene betrifft, deswegen möchte ich das hier nicht kommentieren. Aber können Sie sagen, ob die Bundeskanzlerin dazu Gespräche geführt hat, auf Bundes- oder in Richtung Landesebene? Wie gesagt, es ist ein Thema, was auf Landesebene spielt und spielt hier in der Regierungspressekonferenz keine Rolle. Für den nächsten Komplex brauchen wir das Verteidigungsministerium, bitte. Und zwar kommt die Frage von Herrn oder Frau Barisow für die RIA Novostny Nachrichtenagentur. Mehrere russische Politiker haben Frau Annegret Kramp-Karrenbauer scharf kritisiert, sehr scharf kritisiert, nachdem sie im Bundestag dazu aufgerufen hatte, mit Russland aus einer Position der Stärke zu verhandeln. In dieser Kritik wurde Frau Kramp-Karrenbauer ganz persönlich angegriffen. Ist im Ministerium diese Aussage russischer Politiker bekannt? Und falls ja, wie kann das Ministerium das kommentieren? Ja, wir kennen diese Aussagen natürlich, aber es ist ja üblich, dass wir uns zu den Aussagen von Politikern in anderen Ländern nicht äußern, das nicht weiter kommentieren. Dann, Herr Lücking, bitte mit einem anderen Komplex. Ja, für MDE der Tag. Es sind ja gestern erneut Reichsbürger in der Bundeswehr aufgeflogen und die Kolleginnen vom Spiegel haben darauf hingewiesen, dass insbesondere eine wesentlich relevante Person der Dienststellenleiter aus dem BND kommt und immer noch viele Kontakte in den BND hat. Das zum jetzigen Erkenntnis stand. Die Frage richtet sich mehr an Frau Demmer. Wie lange kann vor diesem Hintergrund der Kampf gegen rechte Strukturen in Sicherheitsbehörden aus Sicht des Kanzlerinnenamtes nur noch vom BMI und vom BMVG geführt werden? Es gibt ja auch zwischen BND und Kanzlerinnenamt viel Personalaustausch. Und wann wird das zum Thema werden, dem sich der Kanzleramtsminister Helge Braun dann auch öffentlich deutlicher widmen wird? Also ich würde die Ihrer Frage zugrunde liegende These schon so nicht teilen. Denn das Thema ist grundsätzlich eines, das für die gesamte Bundesregierung von hoher Bedeutung ist und hier auch immer wieder thematisiert worden ist. Insofern ist das relevant und hat ja auch schon zu einigen Ergebnissen geführt, zu denen wiederum aber dann die Fachressorts sich äußern können. Aber wie geht man im Bundeskanzlerinnenamt mit der Gefährdung um, die ja ganz offensichtlich gegeben ist, wenn in immer weiteren und immer dem Kanzlerinnenamt näher rückenden Strukturen Rechtstrukturen auftauchen? Wie gesagt, dieses Thema ist für die ganze Bundesregierung ein relevantes. Und wir ruhen da nicht, sondern sind tätig geworden. Und zu den konkreten Inhalten müssten sich die Fachressorts äußern. Ja, sehr gerne, Herr Lücking. Wie Sie ja wissen, ist das ein laufendes Ermittlungsverfahren? Deswegen kann ich Ihnen natürlich zu einzelnen personellen Verflechtungen, die Sie da insinuieren in Ihrer Frage, keine Antwort geben. Da müssten Sie sich dann vielleicht auch an den MAD wenden, aber auch der wird Ihnen dazu nichts sagen können, weil es laufende Ermittlungen sind. Und das ist eben in unserem Rechtsstaat so, dass wir da aus laufenden Ermittlungen nichts verkünden können. Aber Sie sehen ja an dem Fall, dass wir jedem auch internen Hinweise, in diesem Fall waren es interne Hinweise, selbstverständlich sofort nachgehen. Und eigentlich ist es auch eine ganz ermutigende Entwicklung, dass es interne Hinweise waren, die dazu geführt haben, dass jetzt diese Befragungen stattgefunden haben. Und auf diesem Weg gehen wir weiter. Die Ministerin hat ja schon sehr oft und sehr deutlich gemacht, dass Extremismus jeglicher Art keinen Platz in der Bundeswehr hat. Und auch das gilt natürlich nicht nur für die Soldaten, sondern auch in diesem Fall für zivile Angestellte der Bundeswehr. Gibt es weitere Fragen an das Verteidigungsministerium? Dann würde ich die Justiz mit nach vorne bitten. Und zwar ist das eine Frage, eine Online-Frage von Martina Herzog. DPA. Es gibt Berichte, wonach das Justizministerium eine Gebühr für Retouren im Online-Handel plant. Können Sie das einordnen? Ja, ich kann dazu mitteilen, dass das BMJV keine Pläne hat, eine solche Kostentragungspflicht bei Retouren für Verbraucherinnen und Verbraucher einzuführen. Der Sachverständigenrat für Verbraucherfragen hat als unabhängiges Gremium in seinem Policybrief Online-Handel im Spannungsfeld von Verbraucherschutz und Nachhaltigkeit Anregungen für eine nachhaltige Entwicklung des Online-Handels vorgelegt und dafür auch ein Für und Wider verschiedener Maßnahmen diskutiert. Eine Empfehlung aber des Sachverständigenrates gibt es dort auch nicht, da diese verpflichtenden Gebühren einzuführen. Gibt es weitere Fragen an das Justizministerium? Das ist nicht der Fall. Vielen Dank. Und dann machen wir weiter nochmal mit Herrn Krämer, bitte. Ich hätte noch eine Frage zu Hongkong, vielleicht am Auswärtige Amt. Und wie bewerten Sie das Urteil für Joshua Wong? Die heutige Verurteilung von Joshua Wong, Ivan Lam und Agnes Chau ist aus unserer Sicht ein weiterer Baustein in einer Reihe von besorgniserregenden Entwicklungen, die wir im Zusammenhang mit Menschen- und Bürgerrechten in Hongkong besonders im letzten Jahr gesehen haben. Und es ist so, dass aus unserer Sicht zur Lösung der gesellschaftlichen und politischen Herausforderungen, die wir in Hongkong sehen und denen sich Hongkong gegenüber sieht, dieses Urteil aus unserer Sicht nicht zuträglich ist. Das Hongkonger Basic Law, und daran erinnern wir immer wieder, garantiert die Versammlungs- und die Meinungsfreiheit. Und wir setzen uns dafür ein, dass eben auch weiterhin, auch im Lichte der Sicherheitsgesetze, die in Hongkong jetzt gelten, die Rechte der Hongkonger Bevölkerung, die aus dem Basic Law resultieren, gewahrt werden. Im Zusammenhang mit dem Prozess erwarten wir, dass auch die Rechte der Verurteilten inklusive das Recht auf Revision hier gewahrt bleiben und rechtsstaatliche Grundsätze auch im weiteren Fortgang, sollte es einen solchen geben, eingehalten werden. Falls Sie fragen, ob das Generalkonsulat Hongkong den Prozess beobachtet hat, ja, das deutsche Generalkonsulat hat am heutigen Gerichtstermin, wie auch an den Terminen im Fall Wong, Zhou und Lam, die zuvor stattgefunden haben, als Beobachter teilgenommen. Dann noch eine Frage ans Auswärtige Amt. Anila Schuka, Deutsche Welle. Laut Medienberichten wurde die Entscheidung für die Eröffnung der Gespräche der EU mit Nordmazedonien und Albanien auf den 30. März 2021 vertagt. Heißt das, dass es keine Einigung geben wird, dass keine Einigung erwartet wird zwischen Bulgarien und Nordmazedonien über die historische Zugehörigkeit der mazedonischen Identität? Also, mein aktueller Kenntnisstand, gegebenenfalls reiche ich noch etwas nach, ist, dass wir immer noch in der Lage sind, dass der Rat im März dieses Jahres ja die Grundsatzentscheidung getroffen hat, die Beitrittsverhandlungen mit Albanien und Mazedonien aufzunehmen. Und unser Ziel bleibt es weiterhin schnellstmöglich, diese Beitrittsverhandlungen aufzunehmen. Aus unserer Sicht steht die EU ja hier im Wort und es geht um die Glaubwürdigkeit der Union und es geht um die Stabilität auf dem westlichen Balkan. Insofern ist mein Kenntnisstand, dass es dazu derzeit weiter intensive Beratungen in Brüssel und auch bilateral in den betroffenen Mitgliedstaaten gibt und diese dauern fort. Wir sind da am Drücker und wir finden, da muss es vorangehen. Und Frau Schuka bezieht sich nochmal auf den Verhandlungsvertrag mit Albanien. Wenn der sei fertig, kann man erwarten, dass wenigstens dieser bei der nächsten Ratssitzung unterschrieben wird? Ja, das ist eine Frage, die in die Zukunft gerichtet wird. Ich glaube, da kann ich nur damit antworten, dass wir uns wünschen, dass es in diesem Beitrittsverhandlungen so zügig wie möglich vorangeht. Und sollten wir noch etwas hinzuzufügen haben, würden wir schriftlich nachreichen. Danke dafür. Ich bin mit meiner Frage, Entschuldigung, ist das jetzt eine Wortmeldung oder ist das keine Wortmeldung? Ich hätte noch eine Frage an das Gesundheitsministerium. Ja. Ich wollte noch ein paar Impfbereitschaft fragen. Wie beurteilen Sie eigentlich die Idee, privater Unternehmer beispielsweise zu Veranstaltungen nur geimpfte Menschen zulassen zu wollen? Würde das die Impfbereitschaft steigern? Ich meine, das ist doch jetzt auch eine sehr hypothetische Frage. Ich meine, der Minister hat sich genau zu diesem Fall schon geäußert, dass das natürlich möglich ist, weil das Privatrecht ist. Wir wollen in keiner Form und auch nicht in indirekter Form eine Impfpflicht einführen. Auch das haben wir gesagt. Und außerdem ist das eine Ausgestaltung, die Sie jetzt sagen, die man sich dann genau angucken müsste, unter welchen Kautelen das passiert und so weiter, um dann beurteilen zu können, ob das die eventuelle Bereitschaft der Bevölkerung, sich impfen zu lassen, steigern würde oder nicht. Wir halten eine freiwillige Impfung für wichtig, auch was die Akzeptanz betrifft. Dann kann das Umweltministerium nachliefern. Wenn wir dann noch einmal tauschen, bitte. Bitte. Ich liefere noch einmal etwas zum CO2-Preis nach. Es wurde ja noch einmal gefragt nach der Beispielrechnung. Was wären mögliche Mehrkosten, die auf Mieter und Vermieter zukommen? Wir starten ja im nächsten Jahr mit einem CO2-Preis von 25 Euro pro Tonne. Nehmen wir mal bei Heizöl an. Da bedeutet das etwa, ich mache es weniger kompliziert, also 25 Euro pro Tonne. Das ist die Ausgangslage. Ein Haushalt, der etwa 10.000 Kilowattstunden Erdgas verbraucht, der wird 2021 insgesamt 60 Euro mehr im Jahr, also etwa 5 Euro mehr im Monat zahlen. Und diese Summe steigt dann ja kontinuierlich an mit dem steigenden CO2-Preis. Ein Haushalt, der pro Jahr 1.000 Liter Heizöl verbraucht, der wird, so unsere Prognose, im Jahr 2021 79 Euro mehr zahlen, also knapp 7 Euro im Monat. Auch das wird dann mit den Jahren weiter steigen. Im Gegenzug werden ja, das noch einmal zur Erläuterung, die Strompreise gesenkt. Und wir fördern als Bundesregierung ja auch den Umstieg auf neue klimafreundlichere Heizungen. Und wir starten ja auch mit einem moderaten CO2-Preis, damit eben gerade auch für die Vermieter auch die Chance besteht, jetzt die Investitionen zu tätigen, eben in neue Energietechniken zu investieren. Das erst einmal noch einmal so als grobe Rechnung. Wie gesagt, wir wollen, dass dann eben diese Mehrkosten pro Monat, pro Jahr zwischen Vermieter und Mieter dann entsprechend aufgeteilt werden. Hälfte, Hälfte. Dankeschön. Dafür den Corona-Komplex wollen wir für heute nicht noch mal auf... Ich würde gerne noch, weil ich manchmal geht einem ja noch was durch den Kopf, auf die Frage MPK, heute 15 Uhr. Nur, dass ich da nicht missverstanden worden bin. Also zu Corona wird es da jedenfalls heute keine Beschlüsse geben. Also das ist eine reguläre MPK, bei der es um alle möglichen Themen geht. Es ist nicht auszuschließen, dass am Rande die aktuelle Lage kurz angesprochen wird. Aber es ist jetzt, diese MPK ist nicht dazu da, die Beschlüsse von vergangener Woche in irgendeiner Form noch mal zu diskutieren, neu zu bewerten oder so. Dazu gibt es keine Beschlüsse. Zu allem anderen kann ich den Ergebnissen der MPK nicht vorgreifen. Sekunde. Nein. Auch nichts zur Verlängerung, weil das ist ja noch offen. Dritter Januar, vierter Januar, zehnder Januar. Nein. Okay. Gut. Dann nehmen wir die Frage von Heike Böse von RTL dann doch noch mal mit. In einigen Ländern in Asien liegt der Schwerpunkt der Behörden auf der Rückwärtsverfolgung von Infizierten. Dahinter steckt, dass 80 Prozent der Infektionen von Superspreadern ausgelöst werden, um die herum sich Cluster bilden, die es zu finden gilt. Warum liegt bei uns der Schwerpunkt nach wie vor auf der Vorwärtsverfolgung und würde einen Strategiewechsel die Gesundheitsämter nicht entlasten und die Fallzahlen senken können? Die Gesundheitsämter machen bereits beides, ist die Antwort. Also insofern ist kein Strategiewechsel notwendig. Dann haben wir das auch geklärt. Ich sage herzlichen... Ja? Ich habe noch eine Nachreichung. Bitte. Es gab vorhin die eine Frage online zum Eigenverbrauch von Strom für die Elektromobilität. Da haben mir die Kollegen jetzt was geschickt. Und zwar kann man ganz generell sagen, dass der Eigenverbrauch von PV-Strom ein wichtiger Bestandteil der Energiewende ist, sei es jetzt für Speicher, Wärmepumpen oder eben auch um das eigene E-Auto aufzuladen. Deshalb fördern wir auch die Anschaffung von PV-Anlagen finanziell. Gleichzeitig muss man aber auch sehen, oder die Kosten für die Allgemeinheit im Blick behalten, weil ja nicht jeder zum Beispiel ein Dach hat, um sich eine PV-Anlage dort drauf zu montieren. Und zwischen diesen beiden Ansprüchen bewegen sich dann unsere Regelungen. Und so kommt die Förderung zustande. Dankeschön auch dafür. Danke überhaupt für diesen Mittwochmittag. Wir sehen uns wieder am Freitag mit dem freundlichen Hinweis verbunden, dass wir uns da um 12.30 Uhr treffen und nicht um 11.30 Uhr. Und noch ein Hinweis für unser Online-Tool. Nein, ich kann über dieses Online-Tool nicht antworten. Und es ist auch nicht so wahnsinnig schnell. Also von daher ist das mit den Zusatzfragen manchmal schwierig. Das noch als Information am Rande. Herzlichen Dank.